Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Runde Basic Step. Wir gehen nicht über den Step, machen keine Drehungen. Ich bin Johanna, Ronja ist wieder dabei, macht mit. Vielleicht die eine oder andere etwas leichtere Variante, aber im Prinzip folgt sie auch dem ganz normalen Kurs. Und ich wünsche euch ganz viel Spaß. So, Marsch auf rechts. Fangen ganz entspannt auch hier wieder mit Warm-up an. Noch vier, drei, zwei, Basic Step. Auf rechts. Setzt den ganzen Fuß auf den Step. Achtet ein bisschen darauf, dass ihr schön abrollt. Noch drei, zwei, wir wechseln auf links. Noch vier, drei, zwei, wechseln auf rechts. Vier Stück. Drei, zwei, wechseln links. Vier, drei, zwei, wechseln rechts. Wechseln. Wechseln. Nur noch zweimal. Wechseln. Zwei, eins. Wechseln. Super, viermal. Drei. Zwei. Letzter. Wir gehen in den direkten Wechsel. Rechts und links. Sevent. Die letzten acht. Sechs. Noch vier. Drei. Zwei. Tap up, tap down. Super. Noch vier. Drei. Zwei. Von vorne. Basic Wechsel. Wechsel. Tap up, tap down. Neuer Schritt. Kneelift hoch. Noch vier. Drei. Zwei. Von vorne an. Im Wechsel. Tap up, tap down. Kneelift. Noch vier. Drei. Zwei. Von vorne. Knee lift, hoch. Repeaters, dreimal knee. Wechsel, andere Seite. Drei, zwei, vier mehr. Nehmt die Arme mit, zwei Stück noch. Von vorne, basic wechseln. Tap up, tap down. Knee lift. Repeats. Front corner. Tap up, tap down. Knee lift. Repeater, zwei Stück. Peel down zur Seite. Herse tief. Bleibt schön tief. Standbein schön angespannt. Sehr gut. Noch vier, drei, zwei. Bein, von vorne an. Tap up, tap down. Knee lift. Grip, knee taps. Noch einer. Heel down. Pferde tief. Streck die Arme. Sehr gut. Vier mehr. Noch drei. Bein, zwei. Von vorne an. Tap up, tap down. Zwei noch. Knee lift, hoch. Repeat. Noch einmal. Heel down. Vier Stück. Zwei noch. In den Angel. Kennt ihr? Öffnet die Arme. Bein geht nach hinten. Zwei. Von vorne. Tap up, tap down. Knee lift, hoch. Repeat ups. Heel down. Zwei. In den Angel. Hoch. Zwei mehr. Letzte Runde warm up. Zwei. I can't fight for the song that's not about you. I can't drink me without thinking about you. It's too easy to lift to tell you that I think you can step in front of you. Knee lift. Repeat up. Heel down. Zur Seite. Tief. Angel. Vier. Drei. Zwei. March auf rechts. Huh. Ist jetzt ganz schön warm heute. Erster Block. Warm up haben wir beendet. Erster Block wird ganz einfach aufgebaut. Macht einfach so mit wie es geht. Noch vier. Drei. Zwei. Tap up, tap down. Ja. Noch vier. Drei. Zwei. Erster wird ein Kick. Raus. Tap up, tap down. Letzten vier. Drei. Zwei. Von vorne. Von vorne. Wieder Kick. Ein Mambo. March. Vier. Drei. Zwei. Noch mal. Kick. Mambo. March auf rechts. Vier. Drei. Zwei. Noch einmal. Kick. Mambo. March. Rechts. Wir hängen was dran. Kick. Mambo. Cha-Cha zurück. Tap up, tap down. Noch vier. Drei. Zwei. Einer noch. Wiederseite. Von vorne. Kick. Mambo. Cha-Cha. Tap up, tap down. Super. Vier. Drei. Zwei. Von vorne. Kick. Sehr gut. Tap up, tap down. Vier. Drei. Wir hängen zwei Knee lift hinterher. Kick. Mambo. Cha-Cha zurück. Knee lift. Tap up, tap down. Vier. Drei. Zwei. Von vorne. Kick. Sehr gut. Tap up. Vier. Drei. Zwei. Von vorne. Repeat. Wir sind auf der anderen Seite. Kick. Mambo. Cha-Cha zurück. Tap up. Tap up. Noch vier. Drei. Zwei. Bis dahin erstmal üben. Kick. Mambo. Cha-Cha. Tap up. Sehr gut. Noch vier. Drei. Zwei. Von vorn. Auf rechts. Knee lift. Uh. Sehr gut. Tap up. Vier. Drei. Zwei. Von vorn. Gut. Repeat. Tap up. Wir sind wieder auf rechts. Los geht's. Kick. Mambo Cha-Cha. Knee lift. Hoch. Hoch. Repeater. Good. Heel down. Linke Seite. Kick. Mambo. Cha-Cha. Repeat. Heel down. Von vorn. Kick. Mambo Cha-Cha. Knee lift. Repeat. Heel down. Linke Seite. Super. Repeat. Heel down. Letzte Runde. Repeat. Tap. Super. Wenn das nicht klappt, bleibt beim normalen Repeater. Von vorn. Kick. Mambo Cha-Cha. Knee lift. Repeat. Mit Tap. Bam. 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 Sehr gut. Heel down. Wuhu. Jetzt haben wir alles verändert. Das ist jetzt fertig. Wie gesagt, beim Repeater könnt ihr wählen, was ihr möchtet. Kick. Mambo Cha-Cha. Knee lift. Repeat. 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 Sehr gut. Heel down. Letzte Runde. Repeat. Repeat up. Super. Links. Tap up. Tap down. Tap down. Acht. So. Erster Block ist fertig. Abspeichern. Kopf leer machen. Block zwei voll. Halt. Erstmal March. Auf rechts. Ganz entspannt. Kommt kurz einen Moment runter. Sehr schön. Noch vier. Drei. Zwei. Double Stamp. Das war's erstmal. Nur zweimal. Mit rechts. in die linke Ecke. In die linke Ecke. Das war's. Okay. Zwei mit links hinten dran. March. Super. Nochmal. Rechts zwei. Links zwei. March. Super. Von vorn. Gut. Sehr schön. Wir hängen was dran. Double. Zwei. Knie nach oben. Repeat. Tap up. Tap down. Gut. Wir sind auf links. Das kennen wir aber trotzdem. Zwei. Wechsel. Double Knee. Tap up. Tap down. Super. Bis dahin. Von vorne. Double. Double Knee. Tap up. Von vorne. Schau zu. Double Knee. Tap up. Tap down. Ich gehe die zwei Stem. Einfach zur Seite. Probiert's aus. Kommt mit. Double. Sehr schön. Tap up. Tap up. von vorne. Von vorne. Double Knee bleibt. Tap up. Gut. Wir müssen die Tap ups noch ändern. Dafür. Setzen wir was ein. Double Knee. Ein Repeater. Tap up. Tap down. auf rechts. Rüber. Double Knee. Repeat. Sehr schön. Tap up. Von vorne. noch nicht. Super. Tap up. Der Repeater wird jetzt zu einem L-Step. Von vorne. Double Knee. In den L-Step. Hoch. Tief. Hoch. Zurück. Nochmal. Wir bleiben erst mal hier. Nur der L-Step. Sehr schön. Das ist nur der L-Step. Es kommen die Knie dazu. geht vielleicht sogar noch besser beim einen oder anderen. Aber wir verändern noch was. Schaut zu. Knee. Heel. Knee. Knee. Ferse. Knie. Sehr schön. Wenn das zu schwer ist, geht eine Stufe wieder zurück. Kein Problem. Super. Die letzten zwei. Von vorne. In die Step. Double Knee. Jetzt der L. Tap up, tap down. Super. Nochmal. Üben erst mal nur die linke Seite. Double Knee. L. Repeat. Rechts. Los geht's. Entschuldigung. Du warst richtig. In den L. Repeater. Von vorne. links. Jetzt aber. Beide Seiten. Darf auch ich nicht vergessen. Elf. Repeat. Sehr schön. Rechts. Double Knee. Elf. Repeater. Weiter. Gut. Von vorne. Links. Elf. Tief. Hoch. Repeat. Von vorne. Habt ihr vielleicht gesehen? Ich hab den letzten Repeater noch ein bisschen verändert. Elf. Tief. Wer möchte? Knee. Kick. Box. Step. Von vorne. Links. Knee. Kick. Rüber. Sehr schön. Die letzten zwei Runden. Tief. Tief. Super. Elf. Repeat. So wie ihr möchtet. Tap up, tap down. Gut. Zweiter Block steht auch. Wir verbinden eins und zwei. Noch vier. Drei. Zwei. Wir starten mit Kick Mamo Cha Cha. Knee lift. Repeater. Tap. Heel down. Linke Seite. Kick. Mamo Cha Cha. Knee lift. Repeat. Tap. Kneel down. Zweiter Block. Auf die Seite. Double Stamp. Double Knee. Super. Elf. Hoch. Tief. Hoch. Repeat. Andere Seite. Super. Double Knee. L. L hoch. Tief. Hoch. Von vorne an. Kick. Mamo Cha Cha. Knee lift. I. Ich hoffe, ihr seid auch so am Schwitzen. Haltet durch. Links. Halt. 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 Knee down. Zur Seite. Zweiter Block. Double Knee. Super. L. Repeat. Ich hoffe, ihr seid auch so am Schwitzen. Ich hoffe, ihr seid auch so am Schwitzen. Double E In den L Hoch, tief Von vorne an Letzte Runde Mambo cha cha Key lift Repeat Mit Tap Kneel down Links Kneel lift Repeat Tap Peel down Stand, dabble Good Double E Links Double Knee Sehr schön In den L Letzte Repeater Tap up, tap down Super Das haben wir schon geschafft für heute Gleich noch ein kleines Cooldown Noch zwei Arch auf rechts Ganz entspannt Atme tief ein und aus Sehr schön Noch vier Drei Zwei Tap nach vorne auf den Step Mit rechts und links Ganz entspannt Noch vier Drei Zwei Mal in die Ecke Überkreuz Ganz entspannt Super Noch vier Drei Zwei Wieder gerade in die Mitte Die Arme Geh mit hoch und tief Noch vier Drei Zwei Rechter Fuß Bleibt vorne stehen Großer Schritt nach vorne Macht euch lang Fertes hinten tief Noch vier Noch vier Drei Zwei Kommt nach oben hoch Fast den Fuß Schiebt die Mütze nach vorne Haltet Vier Vier Drei Drei Zwei Fuß tief Zehenspitzen sind abgestellt Ferse ist tief Arme hoch Atme tief ein und aus Vier Drei Zwei Zwei Kommt zur Seite tief Schiebt Von Seite zu Seite Bleibt außen stehen Zieht die Zehen hoch Geht zu den Zehen hin Vier Drei Zwei Schließt die Füße am Boden Rollt euch Stück für Stück nach oben hoch Kommt vor den Step Linke Seite Linker Fuß vor Macht euch lang Vier Drei Zwei Eins Kommt langsam nach oben Fast den Fuß Hüfte schiebt vor Sehr gut Vier Drei Zwei Fuß tief Setz die Ferse tief nach unten Arme weit nach oben Vier Drei Zwei Und kommt zur Seite rüber Schiebt auch hier wieder von Seite zu Seite Bleibt außen stehen Zieht die Zehen hoch Geht zu den Zehen hin Haltet Vier Drei Zwei Schließt die Füße am Boden Rollt euch Stück für Stück nach oben hoch Kommt noch ein letztes Mal vor den Step Atmet Atmet Tief ein Arme lang Aus Mach deinen großen Kreis Über die Seite Kommt über die andere Seite wieder hoch Anders herum Über die rechte Seite Tief nach unten Langsam nach oben hoch Sehr schön Jede Richtung noch einmal Bleibt jetzt unten stehen Beine Mal schön abwechseln Strecken und beugen Strecken und beugen Vier Drei Zwei Beine Beine beugen Kommt etwas in die Hocke Über die Seite tief einatmen Ganz leicht In die Rückbeuge Nach hinten Lasst euch nach vorne fallen Tief ein Arme zur Seite Ausatmen Super Vielen lieben Dank fürs Mitmachen Ich hoffe ihr habt genauso Schwitz wie wir Und dann freuen wir uns aufs nächste Mal Tschüss Bis zum nächsten Mal